Meine Kindheit verbrachte ich hier im schönen Anhalt auf einem kleinen Bauernhof. Wir lebten von dem, was die Natur uns bieten konnte und standen täglich mit ihr in Kontakt. Eben dieser Kontakt zur Natur ist uns Menschen inzwischen vielfach verloren gegangen. Zeitdruck und Stress prägen den Alltag. Der Konsum steht im Vordergrund. Oftmals merken wir nicht einmal, dass wir mit unserem Verhalten die Erde ausbeuten und uns selbst krank machen. Mein Buch aufs Land ist ein Aufruf, sich zu besinnen, Fragen zu stellen. Was ist mir wirklich wichtig und was ist überflüssig? Was tut mir und was tut der Erde gut? Nur eine gesunde Natur kann uns gesunde Nahrung, sauberes Wasser und saubere Luft liefern und unser Klima schützen. Egal wo wir zu Hause sind, es ist höchste Zeit wieder mehr Natur in unsere Köpfe und Herzen zu holen und das Land wieder zu entdecken und zu beleben. Denn nur in einem belebten Land hat auch die Stadt eine Zukunft. Das ist die Stadt umso chose und schützt und musste die Welt machen. Das ist eine 宣fung. Das ist ein Zitze, 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 das ist ein Zitze.